Wir sind schon losgelaufen. Wer ist da? Nee, noch nicht. Wir sind durch. Er wird nicht verkehrt. Einen weißen Lösen. Auch gerade für einiges ausgeben. Es gibt zum Beispiel friedliche Begleiter, die dir 10 Inventarplätze geben. Das sind so Sachen, die ich dann kaufen will. Reittiere kann man sich natürlich auch kaufen. Oder andere kosmetische Sachen. Ey, was ist das? Schon weggeblockt. Das funktioniert tatsächlich. Der friedliche Begleiter, der macht ja so nichts. Der läuft ja einfach nur nebenher, so wie hier mein Hund hier zum Beispiel. Die laufen nur friedlich nebenher und siegen gut aus. Das ist das, was ist das. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.